Liebe Studieninteressierte, das Sommersemester 2020 geht zu Ende. Das Wetter ist entsprechend, die Ferien winken, die wir alle brauchen. Dieses Semester war in der Tat ein ganz besonderes Semester. Es hat uns durch die Covid-19-Pandemie sehr, sehr früh herausgefordert, unseren gesamten Lehrbetrieb umzustellen. Wir haben das nicht nur als etwas genommen, was über uns gekommen ist, sondern wir haben es gleich gestalterisch umgesetzt. Wir haben neue Formate entwickelt, wie die Chronistinnen der Krise, wo die Studierenden selber Erklärungen versuchen zu entwickeln für die Krise und ihre Ursachen und vor allen Dingen auch für die Lösungen. Wir haben eine digitale Ringvorlesung gemacht. Wir haben digitale Seminare gemacht. Das war alles sehr gut im Rahmen dessen, was notwendig war. Aber gleichzeitig haben wir natürlich den starken Wunsch, wieder zusammenzukommen, gemeinsam zu arbeiten, diskursiv, reflexiv, problemorientiert, auf Augenhöhe, im Gespräch. Und deshalb planen wir das neue Semester im Präsenzbetrieb. Wir möchten im kommenden Semester, im Wintersemester 2021, die Studienplätze wieder real vor Ort anbieten und werden alles dafür tun, dass das gelingt. Wir schaffen gerade die logistischen Voraussetzungen dafür. Wenn Sie sich also für ein solches Studium interessieren, an der Kusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, dann informieren Sie sich bei uns. Sie sind jederzeit herzlich willkommen und wenn Sie den Weg zu uns finden, sind wir definitiv für Sie da.